Sie wurden vorhin schon gefragt, haben wir auch CDs? Natürlich haben wir CDs, Sie verkaufen sie aber nicht, weil wir haben das nicht nötig. Normalerweise. Aber weil wir schon zweimal gefragt wurden, haben wir uns wenigstens entschieden, die CD einmal zu zeigen. Das heißt nicht, dass wir sie heute verkaufen, nur mal zu gucken. So sieht sie aus, eine wunderbare CD von uns in einer Gegend. Nur kurzzeichen, Alex, du wolltest sie noch ganz kurz zeigen. Noch mal ganz kurz, einmal kannst du noch mal kurz zeigen. Genau, unerfällig, ja. In jeder Höhe sieht sie fantastisch aus. Vielleicht Alex, noch mal zuhören. Einmal ganz kurz. So sieht sie aus, oder? Da ist sie schon wieder recht. Eine CD, mit der können wir bei uns in unseren Gefilden gar nicht einreisen, weil die Nachfrage ist so groß, wir müssen um Leib und Leben kürchen. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, wir haben auch gehört, der Landrat ist hier. Wir freuen uns also auf das große Landrat-Temm, dann in 20 Minuten. Da wird es ein kleines Quiz geben, zu gewinnen. Unsere CD-Freunde, und zwar geht das allerdings nur um Quizfragen, die mit Land und Raten zu tun haben. Zum Beispiel, vielleicht eine kleine Beispielfrage. Was ist das für ein Land, wo die Häuser aus bunten Ziegeln gebaut werden und jederzeit umgestaltet werden? Na, welches Land ist das? Na, na, Jägerland. Richtig, er hat gewonnen. So einfach geht das. Wir halten unser Versprechen. Dann ist natürlich jetzt bei uns der Band-State erledigt, das war das, was wir verkaufen wollten. Wir haben noch eine mit. Haben wir noch eine zweite? Haben wir noch eine zweite mit? Nee. Was sind meine Socken? Guck mal, da unten drunter noch mal. Eine, das ist noch mal die Zieg. Das ist die ultimativ letzte. Alex, auch noch mal zeigen. Ich finde, die sieht sogar noch ein Stück besser aus als die Kohle. Der ist doch original eingeschweißt. Seine aber auch. So. Also, eine haben wir noch.